Jesus House kommt zu dir nach Remching, ins Wohnzimmer, aufs Sofa. Komm vorbei zu einem entspannten Fernseh-Jesus-Haus-Abend mit Musik, christlichem Input und vor allem cooler Gemeinschaft. Halt! Stopp! Was? Wer? Wo? Wie? Wann? Für alle ab 16 Jahren vom 28. März bis zum 1. April täglich um halb acht abends. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr in Wilferdingen die Litfaßsäule an der Königsbacher Straße, in Nöttingen das Gemeindehaus oder in Singen die Kirche. Von da aus geht es ab in ein Wohnzimmer. Fünf Abende, die du auf keinen Fall sausen lassen solltest. Wir freuen uns auf dich.